Nein. Bin ich jetzt schon oben? Ja. Wow. Ist da noch so ein verdammtes Auto oder was leuchtet da so hell? Nein. Oh, jetzt bin ich hier wieder runtergeflogen. Ach nee. Muss, hoch da. Wieso kann ich da nicht hoch? Jetzt. So, da haben wir ihn. Da hatten wir ihn nur den Helm runtergeschossen. So. Wow. Ich würde gerade sagen, weiter geht's. Jawohl, er ist aus dem Arschung gefallen. Ist das ein Feuer? Mist. Okay, weiter. Aha. Sind wir jetzt vorbei gelaufen? Anscheinend ja. Müssen. Ach, hier müssen wir wahrscheinlich lang. Genau. Oh, oh, das sieht danach ziemlich wie Feindberübung aus. Oder auch nicht. Es wird zwischendurch gespeichert. Ich höre seltsame Geräusche. Nein, na, Laute. Mwahaha. Nein, weiter geht's. Ich höre trotzdem seltsame Geräusche. Oder habe ich zumindest gehört. Wir machen das mal wieder schön dunkel. Was zur Hölle? Au. Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Was ist passiert? Wo bin ich? Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Gutes Argument. Also gut, du roter Abschaum. Bitte zu deinem Marx oder sonst wem. Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. Boah, unser Retter. Da hatten wir ja nochmal Schwein gehabt. Eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. Danke erstmal in Wodka. Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Handrauszeichen. Ich bringe dich besser zu Miller. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Alles klar. Hey cool, ihr habt einen Panzerwagen. Darf ich auch mal fahren? Pavel, das ist der Plan. Du bringst ihn mit dem Panzerwagen zu unserer Dreisine. Dann nur noch das Loch und die schwarze Station. Und was ist mit dem Auftrag? Miller gibt dir einen Orden, wenn du Neuigkeiten von Hunter bringst. Ich mach den Auftrag alleine. Wir treffen uns in der schwarzen Station. Sei vorsichtig da draußen. Ja, da hatten wir nur noch immer ziemlich viel Glück im Unglück, würde ich sagen. Dass hier anscheinend Hunters Freunde um die Ecke kamen. Aber leider haben wir... Du solltest das Geschütz bemannen. Dann kann man dich schlechter sehen. Ich hoffe, du weißt, wie man ein MG benutzt. Ja, also ich hab da schon ein paar Spiele gespielt. Also Leute, viel Glück. Danke nochmal. Ach mit... Ach mit... Wir versuchen leise hinter die Sperren zu gelangen. Ruhig bleiben, dann übersehen sie vielleicht, dass wir anstatt der Besatzung hier drin sind. Wenn alles schief läuft, dann tu, was ich dir sage. Und ich hab da kein gutes Gefühl dabei. Und ich hab da kein gutes Gefühl dabei. Die werden uns bestimmt irgendwie nach Ausbeißen kontrollieren, oder... Sonstens... Oh oh. Oh oh. Ich muss E drücken. Verdammt. Verdammt. Verdammte Faschisten, ich könnte sie alle abmitteln. Und dann hätten wir eine ganze Horde hinter uns. Ob wir damit fertig wären, weiß ich nicht. Was macht ihr hier draußen? Dieses Fahrzeug steht nicht auf dem Transportplan. Äh, wir... Wir wurden zur vordersten Streckensperre geschickt, Herr Offizier. Müssen Mohnen liefern. Die haben ihre Mohnlieferung bereits bekommen. Wer sind sie? Heben sie ihr Visier an. Halt! Alarm! Fahrzeuge bemannen! Rezette ist es nicht klar. Scheiße. Oh, hinter uns auch. BAMS! Jawoll. Mann, das ist ja wie im Knast hier. Oh oh. Oh oh. Damm von wo? Au! Scheiße. Scheiße. Beseitige das Hinten, ist vor uns. Warte euch, Mann. Ah, au. Oh. 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 Voraus. Oh, scheiße, scheiße. Hinter uns, Adjom. Oh. Ja, Mann. Ich war hier schon. Oh, es geht endlich drauf. Jawoll. Das qualmt ganz schön, das Ding hier. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Wahrscheinlich jetzt vor uns. Oh mein Gott, es ist ein Panzer. Oh oh. Scheiße. Mein Panzer? Wo haben die diese Scheiße her? Adjom vor uns. Von dir aus oder von mir aus? Haha. Scheiße. Boah, die haben jetzt auch so eine Kiste wie wir. Scheiße. Los. Bams. Au. Nein. Geh weg. Scheiße. Boah, wir sind etwas überhitzt. Los, kühle ab. Los. Verdammt, ich kippe das. Endlich. Jetzt ist es weg. Boah. Puh. Gerade noch davon gekommen. Wollen wir nicht weiterfahren? Verdammt, eine Planierraupe. Das ist der verdammte Panzer. Gib Gas, Mann. Na gut, du sollst Gas geben. Au. Jawoll. Haha. Bams. Ich bin weg mit dem Scheißding. Boah. Boah, jetzt hatte ich auch wirklich ein bisschen Schiss gehabt vor dem Mistding. Nicht, dass da noch eins kommt, weil das hier so bedrohlich grad wackelt. Und das ist das für ein Tor. Hallo. Und da liegt ein Skelett. Und anscheinend haben wir es geschafft. Oder auch nicht. Licht. Erstmal Licht an. Granz nah ist dann zieh. Was das auch bedeuten mag. Und ich muss da wahrscheinlich vorgehen. Hoha. Ich befürchte Schlimmstes. Was? In Sachen Mutanten. Verdammt. Noch ein Skelett. Da hinten war auch ein Raum. Warte, ich steh dran. Bitte keine Menschen. Geht wahrscheinlich auch nicht auf. Ne. Sitzt fest, das Ding. Die Lichtschalter funktionieren leider auch nicht mehr. Aber weiter. Die nächste Tür. Das sieht ja einigermaßen sicher. Jawoll. Das Depot. Nach unserem Gefecht mit den Faschisten. Schien der Weg einfacher zu werden. Wieder einmal lag ich falsch. Verdammt. Wir sitzen wahrscheinlich wieder auf so einer Kiste. Was da? Ullmann müsste an der schwarzen Station warten. Krass. Vorsicht. Du kennst. Verdammt. Mussten die all diesen Schrott bauen. Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Das war knapp gewesen. Ja. Unheimlich hier. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, dann bist du tot. Da gab es diesen Vorfall. Nur seine Stiefel blieben übrig. Boah, hier muss man ja richtig aufpassen. Wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Na super. Licht. Hier muss jemand sein. Erledige Inaktion. Schließ die Tore. Wir brechen durch. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Wow. Hoho. Äh. Und los. Geh hinter der Panzerung in Deckung. Geh hinter der Panzerung in Deckung. Geh hinter der Panzerung in Deckung. Werte, dass wir nicht... Wow. Geh Gas, Mann. Ich kann ziemlich schneller vorbeifahren. Jetzt sind wir auf die Knalle. Nein. Oh, scheiße. Es sah erst so gut aus und dann... Hör zu. Wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Mein Kollege hätte es auch mal ein bisschen mehr Gas geben können. Nicht. Hier muss jemand sein. Erledige ihn, Inaktion. Schließ die Tore. Errungenschaft freigeschaltet. Einbrecher. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Und los. Geh hinter der Panzerung in Deckung. Das geht hier schon viel schneller jetzt. Habe ich das Gefühl jedenfalls. Au. Sehr nice. Wieder so ein Rohr. Geh' mal rein. Geh' mal rein!